Letztes Jahr war es die weltweite Innovation in Sachen Lichtdekoration. Starshower Laserlicht. Dieses geniale Laserlichtsystem lässt Ihr Zuhause innerhalb einer Sekunde in tausenden funkelnden Sternen erstrahlen. Sowohl draußen als auch drinnen. Perfekt zu Weihnachten, aber auch für Familienfeste und Geburtstagspartys aller Art das ganze Jahr über. Relaxen Sie mit Ihrem Liebsten zu Hause gemütlich am Balkon. Genießen Sie die unwiderstehliche Schönheit der Starshower-Lichteffekte mit Freunden auf der Terrasse oder im Garten. Schaffen Sie für sich und Ihre Kinder eine traumhaft schöne Fantasiewelt. Und das Warnbrechende an diesem System, Sie brauchen eine einzige Steckdose. Und Ihr Zuhause streit wie nie zuvor. Ihren Nachbarn wird es den Atem rauben. Starshower wurde weltweit über eine Million Mal verkauft. Und ist das beliebteste und meistgekaufte Dekorationsleserlichtsystem der Welt. 94% unserer Kunden würden ihn sofort weiterempfehlen. Starshower, allein wenn du es einsteckst, bekommst du diese absolute Lichtexplosion. Oh, unglaublich. Als ich das erste Mal Starshower eingesteckt habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Dieser 3D-Effekt, alles schimmert und funkelt und glänzt. Großartig. Und jetzt haben wir das erfolgreichste Laserlichtsystem der Welt nochmal revolutioniert mit dem Unglaublichen. Starshower Motion, die Sie es gewohnt sind, verwandelt Starshower Motion Ihr Zuhause in eine traumhaft schöne Märchenwelt. Aus tausenden funkelnden Sternen, aber auf Knopfdruck, beginnen sich die Sterne zu drehen. Und Starshower Motion sorgt förmlich für eine Explosion an unglaublichen bewegten Lichteffekten. Ihr komplettes Grundstück, Ihr ganzes Haus, wird vom Boden bis zum Dachgiebel in den wundervollsten Lichteffekten erstrahlen. Sie suchen es sich aus, platzieren Sie Starshower Motion ganz bequem im Garten und verwenden wie bisher fixiert mit unbewegten Sternen oder auf Knopfdruck mit den spektakulärsten bewegten Laserlichteffekten. Das Geheimnis befindet sich im Inneren des Starshower Motion. Ein geräuschloser, starker Motor bringt mit einer rotierenden Spektrallichtklappe das Laserlicht in Bewegung. Und Sie befinden sich auf Knopfdruck, innerhalb von Sekunden, förmlich in einer neuen Galaxie. Und das Beste, Sie können auf Knopfdruck aus tausenden verschiedenen Mustern wählen. Lassen Sie Starshower im Bewegungsmodus laufen. Wenn Ihnen ein Muster besonders gut gefällt, drücken Sie auf den Knopf und der Effekt wird sozusagen eingefroren. Dann drücken Sie nochmal und Starshower Motion bewegt sich wieder mit atemberaubenden Effekten. Einzigartig! Und Starshower Motion vereint natürlich auch alle bahnrechenden Vorteile des klassischen Starshower Laserlichts. Sie verbrauchen nur 1% der Energie von herkömmlichen Leuchtmitteln, wie LEDs oder Lichterkämpel. Sie sparen sich ein Vermögen. Sie verwandeln Ihr Zuhause innerhalb von Sekunden in eine atemberaubende, luxuriöse Lichterwelt. Nie wieder mühsam dekorieren. Sie können sowohl im klassischen Modus, aber auch im Gelegtmodus entweder das Farbspiel grün oder rot-grün wählen. Starshower ist robust gebaut und allwetterfest. Regen, Schnee und Sonne können diesem System absolut nichts anhaben. Es funktioniert sogar aus 100 Metern Entfernung. Starshower Laserlicht hat Sie begeistert. Starshower Motion wird Sie umhauen.